Mein Name ist Henry Ptock. Ich bin seit Beginn 2021 hier im Klinikum Ernst von Bergmann im Department für Choloproktologie. Wir stehen durch die technischen Möglichkeiten am DaVinci-System mit dem Endovrist, vom Handling her, Möglichkeiten zur Verfügung bei der Präparation, die über das übliche Maß der minimalinvasiven Eingriffe deutlich hinausgehen. Die Choloproktologie beschäftigt sich mit Erkrankungen gutartiger wie bösartiger Natur des Dickdarmes, des Mastdarmes und eben des Afters, wobei leider Tumorerkrankungen das Hauptfeld einnehmen. Der Operateur ist in einer extrem bequemen, nämlich sitzenden Haltung und hat natürlich eine ausgesprochen gute Sicht 3D, das auch noch zoombar in den Operationssitus. Das macht ein präzises Operieren eben möglich, was sich in den onkologischen, vor allem Langzeitergebnissen dann auch widerspiegeln sollte.